Ein Wunder, schönen guten Tag zu einer neuen Runde Trouble in Terrorist Town mit Baloo, Dalo, Items, Juli, Kapuze, Mauro, McFly, Tautau und Pain Hallo, hallo Du kannst dich mit diesem teuren Beamer klauen, bist du Lohn? Natürlich klauen bei dem, wenn überhaupt der Klau bei dem... Scheiße, bitte, wird doch keiner haben, ja Hier, Windows Update, Windows Update Ah, Windows Update Windows Update Was habt ihr die Windows Update? Nee, Baloo, Baloo, das Windows Update musst du richtig machen, warte Warte, 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 Baloo, Warte, Baloo Windows Update Ich will da rein Ich will aber nicht, dass du hier drin willst Ich will aber nicht, dass du hier drin willst Ich sehe nix Du hast mich gekehlt Wer hat Wien gekehlt? Baloo hat Chaos Woher weißt du das? Du hast das angemunter gezählt da wo du stehst kannst du was was genau ist bei den beiden da passiert da hat er gesagt von wegen kapuze sollen hier ist ein paintball kugelball auf dem boden kauft ich habe paintball flecken gesehen warum stand er da wir so offensichtlich rumsteht habt ihr gehört es gibt painter ja es gibt ein painter die steuerung von dem scheiß auf so ist kaputt gegangen ein painter ich sage die abwehr das darf nicht wahr sein was ist jetzt passiert ich glaube 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 auch ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich komme hat dem zug entgegen also ich glaube nicht hast du davon normaler meister sonntags maler explodiert wir haben fast kaputt geschaffen haben wir das auf mich ganz dran ja dann bin ich jetzt tot, tschüss tschüss wer ist oben gefallen? der tut, hat vorher tschüss gesagt das ist echt, also höflich hey, ich rede doch die ganze Zeit du hattest grad gesagt, da explodiert was explodiert was? alter was hat ein item start mit dem kunstwerk gemacht da hinten? am wasserturm ich hab den du kennst ihn, den künstler ach hier, holy hell ok, ja so, der da oben ist böse, das ist maro und kundern ist hinter mir, das ist natürlich doof ich springe hier meine wände ab du springst deine wände ab? ja, ich springe vom haus zu haus dann schieb ich auf maxi klingelst du auch überall ich bin böse, also schmeiß ich jetzt sachen auf dich so, der ist liegen das ist aber nicht nett na fass holy hell, da landet der auf einmal vor mir da landet der auf einmal vor mir da landet der auf einmal vor mir ey, karten, ich wollte dich zum schießen du hast mich aber ge... du hast was du nicht gelassen ich hab gesagt, bleib draußen du bist reingekommen dann hab ich den plasma hegen gelassen und bin rausgegangen ne, und du hast... das fassert mich aus ich hab die... die Explosion hab ich gehört du hast gesagt, oh ich bin tot, Explosion ah ne, doch nicht, dann hab ich fast brennen gehört ja, 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 das war's dann auch und dann halte ich die Tür zu und du kommst durchs Fenster hat schön geboten ja, ich bin auch da unten also die Julie hätte sowas nicht gemacht natürlich nicht die Julie ist aber dafür jetzt ganz weit oben auf Dächern unterwegs ja, gefährlich wer ist oben auf dem Dach? ja, ich auch macht ein bisschen Action, oder was? ich hab den Detonier oh Gott ja, aber ich musste mich ducken weil dann kam die Teleport hab ich hier jemanden ausschlafen hören? aber kurz da, Lukas, schau mal ich bin ein kleiner Blinky ja, und Taudo hat eingekauft, Leute ja, dann komm mal weg ja, die Blinky Dues wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er das ist eine Explosion ich muss es nicht sein ja, ich hab schon bei Louis hier den Dete, der Dete der Dete er wurde hingerichtet oh, Tauta musst du Revive haben weil der, der Mörder vom Dete ist keinem Gewächshaus gewesen Juli, Juli hat die Dete erschossen was? nein ja das kann auch irgendein Traitor gemacht haben und das ansagen also, solange das nicht bei Louis mir sagt, dass es der war ja gut, da seid ihr Spice wie findest du das bis jetzt bei Louis? das ist ganz süß also ich würd das auch meinem, meinem Baby in die Wiege legen ja, aber da fehlen noch mehr, find ich ein Inno und ein C aber lauscht meinen Worten, falls ihr sterben soll und ihr seht, dass die Inno, Bären, Kunran und Juli haben einander verteidigt und alle von beiden hat den Pain erschossen was einem nicht verboten ist, weil es Pain ist ich hol den, warte ja, mach den mach ihn ich hab mich auf dich geschossen Katze, ich hab gehört, du willst Dalu machen und wir brauchen dich in der Sammlung, warte, komm mal eben raus ja, okay dann schießt mir aber jetzt in den Kopf okay NICHT, MIRROR werd ich painen, Leute dafür schießen wir ihm jetzt in den Kopf Alter, das tat weh, Mann Dalu Dalu, mach mal, ich bring dir auch mit darf ich ihn töten? ja, darfst du was? eins mach mal eins eins okay, du hast es versucht okay, danke dankeschön, ich bin unknown er lebt doch, lass dich nochmal abschießen ja, er lebt ja, er lebt aber der hat ja alles, was man hier die DNA vom Mörder ist jetzt oben hinter dem Großdoppelhäuser genau in die Richtung Maxi nach oben da oben lieb nicht ganz oben, aber bei Dalu oben da ist wieder Julie hier ist Pains Leiche Julie, lauf mal auf dem Geländer, wenn du cool bist ne, ich bin sehr uncool, weißt du bist nicht so cool? ne, ist leider guck mal, so cool wie ich jetzt hat der da eigentlich gemacht das mit den gleichen gemacht die beiden zeig mal, oh krass jetzt tu, jetzt tu Julie mach mal, mach mal der Mörder ist jetzt unten von Pain Maxi, der ist jetzt unter dem Hochhaus okay, wenn ihr 20 Meter Abstand hat okay, 20 Meter Abstand wie soll ich dir ans Mobile her der Mörder von Pain kommt nach oben hinter Malui und Dalu bei euch im Haus kommt der Mörder nach oben Malui, du hast Julie umgebracht die wäre hundertprozentig am Chaos gestorben die wäre wissen wir aber nicht ja, aber sie ist so gut wie oh, Items hat wieder volles Leben ich bin so geil, was Dalu gerade macht hey, Moment ich hab bis jetzt hier nur wen hab ich erschossen gar keinen mich Items aber das ist ja gut dass du mich erschossen hast ja, weil er ist anderen gewesen also also dadurch, dass nichts passiert würde ich erstmal Maru verdächtigen Maru sagt auch die ganze Zeit Julie oder mich an da drüben weil er den der ist auf der anderen Seite weil er wahrscheinlich den Dete gekillt hat dann hat er den DNA-Scanner gefunden und seitdem sagt er einfach Leute der Mörder ist unten unter euch im Hochhaus und zu dir Baluo der Dete ich darf Leute runterschubsen und sinnlos erschließen das ist die Rolle vom Dete das hab ich schon verstanden bei euch hier hmm das ist die Rolle von das ist die Rolle von Katze Hä Hulk Alten soll wieder volles Leben mit ok der Mörder ist immer noch im Hochhaus Maru, Maru snipet hier die ganze Zeit ja ich wollt, dass der Mörder aus dem Hochhaus rauskommt vielleicht ist der Mörder noch gar nicht in den Hochhaus wo hast du denn, dass dein Mörder in dem Hochhaus weil ich die DNA von ihm hab Alter äh Dalu, du darfst Katze erschießen wir hatten fast auf mein kopf geworfen der schaden gekriegt davon im moment ist so getroffen ist gerade ja es aber noch dadurch hätte gedacht dass der wird auch nach oben er kann es erschossen irgendwann eins erschossen weiter liegt er maluja erschossen nicht mehr das wollte ich machen also am ende der runde wenn sie vorbei ist wenn wir alle überlegt haben der kunde hat jedoch auch auch ans mobile ich habe keine ahnung ich bin verwirrt ich habe mich das ist maxi leute wie es ist mag hat er mich angeflogen natürlich wo ist maxi denn gewächshaus das immer auch nicht erschossen hat finde ich krass ich dachte du bist nein du hast doch total gekillt ja aber du es tut mir leid ist was hättest du gesagt was hättest du gesagt was hättest du gesagt wenn du jetzt wieder ausrede hätte ich gesagt ja hat aber schon länger lang gedauert war zu spät da war zu spät hallo 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 der war zu spät ach guck mal ich darf wieder alles machen ich darf wieder alles machen sind alle wieder böse oder Jochen hallo ich bin Jochen oh nein Kane ist auch wieder den also die gleichen Traitor wieder du hast gerade mit absicht Jochen getrickert ich bin Jochen hallo ja Jochen aber ich werde für die Katzenstimme gehandelt Jochen ihr habt die von mir das war auch Quatsch ja aber ey das war gerade zu sagen das ist nicht in der Katzenstimme äh Maxi wie kommt man das halt so warte wie kann das nicht wegwerfen ja man klückt auf die kreppchen wo kann ich das nicht wegwerfen ja das ist ein Traitorfalle dass das deaktiviert werden kann das ist ein Cloaking aber ich kann es nicht wegwerfen das ist ein Traitorhand dass man jetzt deaktivieren kann kaputte hinter dir ist Dalu da auf der Ebene versaut es geht nicht tut mir sehr leid du willst ja eigentlich nur aufmachen muss er aufpassen ne ja ich du der Dalu macht mit nichts hallo ich weiß wie ich es wieder bekommen nein bitte nicht hallo du siehst mich dazu darf ich die mal haben kurz wieder ich muss sie mal kurz testen bitte bleiben sie mit ihrem Stuhl von mir weg Jo ja die ist ganz gut die ist ganz gut Alter hat es gerade hier an der Katze da hat es gerade jemand habt ihr gerade Zaukau da unten angeschossen ja angeschossen ja wir haben nochmal probiert ja ja wir haben nochmal probiert ja ja aber übrigens hat Tauntown nicht reagiert weil der Schock irgendwie ne er war halt wirklich er hat nicht so what the fuck happened ja wir haben nur gekuckt wie die Waffeln mit den Ehrensfeindes ja 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 die ist die Kälte das kann hier oben irgendwo die sind runter gerannt im Hochhaus da macht gerade alle Fenster kaputt da drüben ja ja ne ja 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 mein scheiben ist angehalten irgendwer hat sich als mich ausgegeben mein scheiben ist kaputt ich hier fest maxi meinst du maxi ist hochgelaufen unterwegs oder mit kaputt gestanden ich wurde neben dir ist ein böse neben dir ist jetzt ein böse da wo du mich eben gesehen hast wie gesagt neben dir müsste auch noch ein böser sein items also das explodierte vielleicht ja ich bin ja auch tätig war ja jetzt bist du cool jetzt haben schon das ist man sollte mir einfach nicht so scheiß geben von mir ich bin von mir ich bin auch ich war er ist ein dead ringer ich werde sind laufen du schuld dass sie mich nicht sehen und dann kaputt wie ein trader ja auch ob wir das kann ja nicht sein big schock ist da alles gut ist da alles gut im turm hat mich einer verfolgt lass mich erst nicht reinziehen oh da läuft ein turmo hä wer ist denn gestorben wir machen die frösche doch gar nichts die turtles ja ich bin schon tot wegen denne uff uff gehen jetzt die party ab pass an die party geht ab warte doch da kommen sie zurück was ist ich rede jetzt von daru weil ich da bin Balou ich hab mich gel... ich war annon, Balou ich hab erschossen und... äh aber daru war doch annon nein du glaubst wirklich daru hat den traitor kaputze ist hinten auf diesem turm du hast auf mich geschossen ja du bist als traitor confirmed kaputze ist der letzte confirmter traitor Achtung das ist ne explodierende station nein das ist keine explodierende... das ist meine heal station ich geh dir nicht mehr zu tun das ist die heal station was ich vorher für den gestellt hab hey guck mal hier ist jemand tot Balou ist tot warum... ja weil daru ihn getötet hat aber wie kann der date sein das sind drei details nein er war unknown das war ich verdammt nochmal wie oft denn noch ich analysiere die szene oh mein gott hey halloi da schießt er das war aber schon heftig oh dieser turm ist nicht ich wurde dreimal vom selben boomerang getroffen dazu noch von deinem boomerang ja tack 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 was ist das für ein scheiß turm da aber der erste boomerang hätte gut sein können und anders abgeprallt werden sobald die date ist erwischt ach war doch schön der erste boomerang auf items war nice hm da gibst du der troll geiler spawn ey ja ich bin fast im pool ja ich bin fast im pool blöd gestellt hat ey items neben dir ist ein böser wohn neben dir der beste date der welt ja ich weiß nicht der hat mich auf jeden fall geportet aber der schuss auf mich war fies ganz ehrlich mal nur die dropshits als du mir überlegte insta in der schossen hast das war schon keine wachen mehr ok es gibt übrigens kein chaos also keine angst was denn außer wir sind genug Leute dass es zwei chaos geben können nein sind wir nicht wo soll ich hin um 10 ich weiß ich wie ich glaube wir haben 23 oder so oh das ist ein bisschen mehr okay da ist eine waffe mit liebe was auch das waffenproblem grundsätzlich ja ja ich bin tot gespawnt deswegen muss ich überhaupt was nein also ich hatte eine ex aber hat sie einen dingsschuss ich jetzt nicht so will max äh ich glaube maxi wurde zum dings geschossen von daloo oh gott maxi war schon schossen immer ein dings ein dings ein dings ein dings ein dings oder ein bumms oh da sind beide item trau ich habe items gemacht ich habe items gemacht ja ich habe items gemacht weil er seitlich die treppe hoch gelaufen ist weil er seitlich die treppe hoch gelaufen ist gegen deine blöde disco hat mich gekillt was so nein dein hunter hat mich gekillt nein ich gebe noch ich bin aber unten ja aber dein hunter spur hat mich gekillt ja wenn du unten unten bist du nicht mehr hochkommst musst du dich wieder umbringen und er hatte zusätzlich noch pain gemacht da unten ist er vielleicht keiner wenn wie lange hat dir wer was kann man ja hatte hat er eine spiderweb gun oder sowas muss kein data aber ich glaube julie hat uns gerade mit einer granate abgeworfen nein werden wir finden ich kann runterkommen ich töte kaputt mehr kann ich dir nicht helfen julie ich glaube dass sie da geworfen hat ich hier lange ach so hier bin ich da wurde gerade balui gebabiet vom unteren hause wieso packt denn mein scheiß fliege rum ach man ich will da hochkriegen aber hast du keinen im shop ich habe keinen im shop sonst würde ich sie tatsächlich runterwerfen ok da liegen ziemlich viele warum magst du hier das ah ne ist das baby hier rüber geflogen von balui ich weiß es halt nicht balui sie hat sich aufgetaucht sie hat balui ja balui wurde gebabiet ja wer hat es hier noch erwischt ach da haben wir es noch erwischt da war es ein doppelbaby da hat sie ja die beiden hier rüber ja da war es doppelbaby denn hier liegt ihre leiche ah ich bin da rum ganz frisch noch julie kann die babys halt einfach gut werfen ja ich lebe noch aber ich bin rot ich brauche halt irgendwas nein nein die weiß wie man wirklich wirklich ich kann eine runde kommen ich kann die babys deswegen ist sie gut darin sie einfach wegzuwerfen wow ich habe blink halt ich kann wenn er nicht back komme ich wieder hoch aber sonst ach so so wie die eine streamerin das mit den katzen macht julius mit james wieso kann ich meinen blinken nicht mehr benutzen wie durfte ich das denn ich darf noch einmal blinken pro runde da liegt daloo hä wo ist denn bei louis da hier auf der anderen seite du das war das war der da stand plötzlich aber louis ist auf dem gelben hoch ach da kommt ein tau-tau geflogen kommt ein tau-tau geflogen mhm oh das war knapp ich wäre glaube ich fast da runtergefallen knappe das oh das kann gefloatet 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 vielleicht kann die kapuze auf tau-tau stellen und nach oben floaten oh mhm aber nein ich befürchte das wird nicht funktionieren ich glaube auch nicht du kannst glaube ich nicht auf der anderen stehen das wäre witzig das haben wir noch nie probiert glaube ich doch ich glaube ich glaube ich glaube auf jemanden drauf stellen kann man sich aber was macht da eigentlich kapuze zum inner nichts aber er hängt halt unten fest also was er kann ja auch nix machen wenn du Tee bist äh Tee bist dann halt nicht hinter mir die ganze Zeit hinter dir ja ich wollte da aufs dach blinken damit es mehr spaß macht ok der überlebende ist es die äh maxi oh oh fährt weg der hat mich gesehen mhm mhm oh geht der uns super oi 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 o gefallen, Leute, lasst einen Like, schreibt einfach mal, ist dann ganz gut, tschau. Tschau.